so jetzt gehe ich sie in die Albaner und einer hat schon wieder keine Lust, ich dreh am Rad wir müssten in den Verträge gehen, dann wären sie gebunden. Ah, wir können das abschließen mit den Sprachen und dann nehme ich noch abarabisch rein ach ja schon abarabisch und dann musst du dir jetzt 5 darfst du es nicht machen genau, das wäre alles, dann würden wir die Sprachen lernen jetzt muss ich doch nicht mehr reinschauen Karriere, nochmal zurück, Privatleben ach so, ja genau, ist ja wieder Samstag äh, nicht Familie, ich klicke auf Familie andere Anlagen andere Anlagen, genau, keine Ahnung Bingo ja, und es ist wieder gestiegen, so wie es aussieht ja, genau, oberste bitte draufklicken und bitte verkaufen ach so äh, ja ich muss jetzt erstmal den Rhythmus rauskriegen, bis ich da wenn ich jetzt sage, verkauf nee du nimmst deinen Bestand 68 gibst du ein ja, das muss ich genau nicht mehr und nicht weniger Moment, dann nehme ich mal die Tastatur zur Hilfe so, dann kann ich entweder, verkauf okay so, Geld da schön warten okay, also jetzt wieder weg jetzt warst du es wieder für heute richtig gut das da kommen wir in den letzten zwei Wochen nochmal nach und Dieterle hat an seiner Schwäche gearbeitet schön ja, da da zeigen die Gespräche ihre Früchte ihre Wirkung oder die Gespräche tragen Früchte ja, ist ja gut das ist toll beide Rechtsverteidiger nicht da tatsächlich da planst du schon mit Ersatzmann dann gibt es trotzdem keinen Spaß so, und die Ersatzrechtsverteidiger in Form von rechten Mittelfeldspielern die ich immer gerne benutzt hätte die sind jetzt weg also in der zweiten Mannschaft ja, komm, jetzt packst du den Innenverteidiger auf die rechte Position da bringt schon keinen um ja, gut 22 äh, das werde ich was tun ich tausche den mit einem anderen von den Jungs da wird schon einer ein bisschen mehr haben als 22 ja Uli 28 weiter schon ja, okay oder Aua 33 okay, dann wäre heute Samstag und wir sprechen wieder mit den Leuten und zwar wir können einen noch willkommen heißen Hallo Herr Dülsen Hallo Raphael du duzt die Leute ja, ist okay das sind die Jungs mit denen du dann nach dem Spiel in der Kneipe gehst oh Fabian ja ich finde den Nachnamen Deutschmann extrem cool ja äh, genau und dann nachher wenn wir im Stream durch sind und ich noch nicht weg muss muss ich nochmal dann eben ganz kurz mit dir durch die Kosten durchgehen das möchte ich dem Zuschauer nicht zumuten gut das kann man dann gerne tun ja, das will ich mal gesagt haben genau so, ich hoffe wir können da genug Leute loben ansonsten müssen wir wieder denen sagen na, da geht mir im Training alles und so mit mahnendem Zeigefinger ich bin halt auch immer so einer der muss halt die Gelegenheiten wenn ich wenn ich pro Woche ein also immer eine bestimmte Anzahl an Gesprächen nutzen darf dann will ich die auch nutzen ich will mir solche Chancen eigentlich nie entgehen lassen dann ist es halt immer nicht so viel geklicke aber wenn wir das nicht tun würden dann würden die sich auch beschweren dass wir nicht mit denen reden okay also es wäre auch möglich alle zwei Wochen mit denen zu reden aber das kann man dann tatsächlich vertüddeln da muss ich Motionrecht geben gut dann können wir jetzt ins Spiel reingehen richtig gut gegen die Albaner genau ich habe ich habe in meiner Mannschaft damals zusammen einen Sturm gespielt mit einem Kosovo-Albaner der war tatsächlich kein schlechter Kicker muss man sagen der ist dann auch zum VfL gegangen also Osnabrück hier mhm das klingt gut dann dann wie war das gelb-rot ja okay das ist doof ja muss zu lassen das war in der Offensive gut jetzt geht es darum unentschieden zu spielen beziehungsweise die Führung zu halten genau was ich sagen wollte Kosovo hat oder ja Kosovo oder Albanien oder wie auch immer die haben schon verdammt gute Leute Beispiel Shakiri ne ja und das wie war das die so gefühlt die halbe Schweizer Nationalmannschaft sind so Albaner oder Kosovaren oder so ja genau richtig genau den Wuchter musst du rauspacken genau wegen seiner euren gelben ja ich habe ihn jetzt irgendwie in der Frische rausgenommen um ehrlich zu sein Junge darauf musst du achten mhm das stimmt so jetzt kann ich hier noch tauschen und dann ja gut also mit 10 spielt sie schon schwer aber mit 9 spielt sie das noch viel schwerer ok ok dann ich sag mal so haben wir uns das vorgestellt und dann wird wieder gequatscht und zwar loben loben und ja gut den könnte man theoretisch auch loben hat sich ein bisschen gefreut und dann noch motivieren und dann haben wir noch der KW noch motivieren und dann sind wir durch weiter weiter geht's na da hätten die Beine ein Tor geschossen also das das darf auch nicht sein nein jetzt haben sie ein Tor geschossen grrr ok wir haben sie nicht verloren das ist eine Unterzahl also ja ok das ist ein Argument das beschwert mich nicht das hatte ich jetzt schon wieder verdrängt aber du hast gemerkt also jetzt die Spiele die wir jetzt gespielt haben haben wir jetzt drei Spiele gegen Mannschaften in unserer Liga eins gewonnen zwei unentschieden achso du wolltest den Kicker sehen ach ja ich bin so Klick Moment da war was ja toll super und löschen wir bitte wieder die E-Mails also ich muss ja nicht mal bei den Sprachen reinschauen das habe ich schon ganz vergessen ich habe mich schon so dran gewöhnt bei den Sprachen reinzuschauen das wäre das jetzt nicht mal tun müssen so ah es geht voran ey ich fasse es nicht so und ach ja sollst keine Ankündigung wenn ihr Glück habt gibt es im nächsten Stream dann nächste Woche oder ne wann ist jetzt dann der nächste Stream vom Fußballmanager der dauert dann ja ein bisschen ne ne der nächste wäre noch Planmäßig ist er noch drin ja ehrlich ja Sekunde dann sag da hat der Mohr recht der nächste ist noch Planmäßig also nächste Woche könnt ihr dann tatsächlich Augenzeuge des ersten Saisonspiels werden oh ja bitte äh das Teamwork jetzt angeht ich weiß nicht ob das jetzt großartig was bringt wenn du dauernd durch rotierst man kann es versuchen oder oder auch nicht ja kannst du machen was würdest du denn gerne machen ich hätte es jetzt verteilt auf individuelle und Feldspieler Fähigkeiten das können wir auch machen also das so bei jedem vier ist genau gut dann machen wir das so kein Ding wie gesagt ich hätte das jetzt auch nur mit äh ja auf Teamwork gemacht weil ja aus persönlicher Präferenz und nicht mit irgendwelchen was ist eigentlich aus diesen dämlichen Auf- und Abwertungen geworden gibt es die noch die gibt es noch ja die kommt dann vor dem ersten Spieltag ja genau ich sehe das gerade die Form verbessert da dachte ich da war ja noch was und dann mache ich wieder mein Privatleben das ist jetzt diesmal nur noch ein Klick dort äh und das war dann wieder das für heute weiter geht's es geht dann ein bisschen schneller wenn man nicht wenn ich nicht jeden Tag nach den Sprachen gucke richtig so ah er ist wieder fit na schön immerhin freu ich mich so wieder der eine Klick und zum Spiel gegen Garb und Teichhausen sind die auch in unserer Liga oder ja genau die sind auch in unserer Liga genau wie auf dem Rot nein sind sie nicht oder ehrlich ja ja guck dir nur die Stärke an die sind definitiv in unserer Liga ja gut okay ja hast recht ich war gerade irritiert so dann wird jetzt zwei Spieler die tatsächlich nicht die tatsächlich es nicht geschafft haben jetzt hier ordentlich fit zu werden oh ja das sind die neuen Verpflichtungen und du musst deinen Rechtsverteiger genau deinen Rechtsverteiger musst du austauschen äh ja so und der Fabian Auer kommt dann natürlich auf das war der falsche fällt hm steib statt bönisch auf was steib statt bönisch Rechtsverteigung bönisch bönisch ja steib was wolltest du da wolltest du wie ja ich wollte steib statt bönisch ach du wolltest okay wolltest denn willst denn ich dachte du bist noch frisch oder wie war das jetzt naja gut gut das ist ein Argument also ich dachte es ist ein Punkt das ist jetzt äh ja gut ja ja keine Ahnung also das war jetzt so mein Gedanke wenn du das System schon verfolgst das ja gut das stimmt schon äh gut dann können wir das so lassen und gehen wir ins Spiel rein da hab ich meinen Klick schon gemacht okay ich bin der Paranoid was das angeht das Privatleben ist mir wichtig Verfolgungs-Style dir so und nächstes Spiel ich bin gespannt ja Gegentor toll wunderbar fängt ja gut an die sind schwächer als wir müssen wir doch aufholen können es geht ja nicht immer alles nach Stärke ja äh ich stell den mal hier hin und dann kommt er da hin und der kommt ja gut dann machen wir so und der Torwart so und ja das war nicht der Matchplan würde ich mal sagen das stimmt Jonas geht schlafen gute Nacht und danke fürs Dabeisein genau gute Nacht Jonas so dann motivieren 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 so Stimmung auf 15 gerutscht okay ihr team hat den Rückstand auch gut weggesteckt das freut mich ja immerhin ah ausgleich wollte gerade Juhu schreien aber ich hatte gerade die Tasse im Mund die Tasse das hätte geschallt ja die Tasse ja super kackspiel posiball ist jetzt auch noch im Gotzen je länger ich hier in Gießen bin desto hessischer werde ich obwohl ich schon hessisch bin aber meistens kommt es nicht so raus ich spreche Hochdeutsch schön ich manchmal auch in seltenen Fällen gut Oppenrot und dann müsste sich dann auch langsam mal die Vorbereitung dem Ende nähern oh wir sind Kapitän Juhu da haben wir unser Ziel erreicht und auf zum nächsten Spiel geht's niemals als Kapitän? ne Kapitän ist Schluss jetzt können wir Golf spielen oh es ist spannend oh die sind vor uns stärkmäßig Sekunde ich bleibe ja da okay dann fangen wir mit Golf an und äh gut dann wieder wieder die üblichen Gespräche den müssen wir irgendwie erstmal ersetzen gehen und zwar mit ihm logisch und dann gehen wir jetzt durch und zwar was haben wir denn hier? haben wir denn eh noch irgendjemand den wir willkommen heißen müssen? ist gerade die Frage wer jetzt gerade war? durchklicken niemanden okay dann frage ich ihn aber vorne an äh dem sag ich nichts dem sag ich dass er ne erst mal oder hm soll ich loben? ich lobe ihn mal komm wenn er schon gut trainiert dann kann ich ihn auch loben und der nächste äh der darf gerne Opfer trainieren und der nächste ja kann so bleiben wie er ist er auch und ja stimmt die sollten sich mal vertragen das wäre ganz schön Lukas der will nicht und wo haben wir ihn denn? wo habe ich ihn jetzt hingepackt? ach der wo der ist denn der ja mit dem kann ich nicht reden weil er nicht da ist ja schön schön toll wunderbar ähm gut dann darf er noch sich gelobt fühlen und dann er auch und er darf so sein wie er bleibt wie er ist er auch er auch er darf gelobt werden äh nein gelobt werden meinte ich und weiter geht's was wie viel haben wir denn noch wir haben noch drei Gespräche danach da er darf gelobt werden oder er kann erstmal gelobt werden das reicht mir ja schon als Begründung hier noch er noch und ja dann sind wir eigentlich durch und dann kann ich dann wieder dazu übergehen den Leuten die Leute wieder zum äh nach zum trainieren zu ermutigen ein Gespräch haben wir noch so Noah schreibt tauscht doch Kral mit Wehle wäre das nicht was Kral mit Wehle das wäre in der Tat was gut gesehen andererseits ist es nur ein Freundschaftsspiel und es wäre nicht so dramatisch aber gut gesehen hab ich jetzt hätte ich jetzt übersehen achso da sortiere ich mal lieber nach Form und dann fahren wir nochmal von vorne an so und zwar gib im Training alles das wäre auch das letzte Gespräch und er nimmt das auch noch an sehr schön dann wäre er vorbereitet und dann wäre die Frage ob man denn jetzt bei den Anlagen was machen kann es ist gefallen es ist stark wieder gefallen hm ich bin jetzt kein Experte was das angeht keine Ahnung Saison wieso darf man das Saisonhaft eigentlich nicht sehen das ist ein bisschen doof äh die Jugendmannschaften sind immer noch nicht äh wenn mich nicht alles täuscht immer noch nicht äh nö ach stimmt hier haben wir ja jetzt jemanden Neues dazu bekommen kann ich hier eben mal jemanden aussortieren und zwar den schwächsten einen genau einen aussortieren weil wir ja den Litauer neu dazu bekommen haben und dann würde ich sagen erwischt es in diesem Fall Kevin Egger tschüss Kevin schönes Leben noch ok dann wäre da wieder selektiert und dann sind wir so ziemlich durch wie ist es eigentlich hier bei den Jugendscouts da kann man manchmal Trainerschulung abhalten da können wir unseren Co-Trainer hinschicken das wäre vielleicht oder unseren anderen Trainer aber ich erstmal den Co-Trainer das kostet ja nichts soweit ich weiß nö nö kostenlos schön dann machen wir das natürlich ok und ja das kann so dem mehr oder weniger es wäre mal ganz interessant wenn wir uns jetzt auf den Transfermarkt umschauen ähm kriegen was kriegen wir denn jetzt so angeboten wenn wir jetzt die Westen nehmen und zwar äh ja das kann alles so bleiben und dann würde ich einfach überall suchen von mir aus kann man auch das einstellen dass nee nicht die Jugendspieler beide und ja wie auch immer machen wir das einfach mal so großzügig die werden sowieso nicht die guten ganz guten werden sowieso nicht kommen aber wenn wir sich jetzt mal anzeigen lässt wir haben nämlich jetzt ja unsere eigene äh Liga so ein bisschen gescoutet wenn wir jetzt den besten nehmen würden dann hätten wir hier einen Innenverteidiger von 42 das ist schon ganz okay ne kann man mal ungefähr anbieten die sind eigentlich alle recht gut kann man sich über alle nicht beschweren ne also da er scouten wir uns da schon so langsam was und dann haben wir jetzt hier noch die Scouts die jetzt da noch schön die liegen scouten und dann kriegen wir ja was Feines zusammen wie ist es eigentlich hier äh das war ne okay das ist zu teuer das ist blödsinn jetzt das jetzt zu kaufen ne machen wir später okay dann würde ich langsam mal sagen dass wir so langsam zu dem nächsten Spiel rüber gehen werden denn hier ist ja jetzt im Grunde genommen ach schön der hat an seiner Schwäche gearbeitet aber er ist jetzt in der zweiten Mannschaft das ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so relevant ja okay dann hätten wir den Mann die ich habe die Nachrichten gecheckt und dann gehen wir mal eben zum nächsten Spiel würde ich sagen denn ich habe ja jetzt so ziemlich alles getan danke fürs ertragen des Videos für heut kannst du mir bitte sagen ob dich das Filmchen freut daumen hoch und runter die stehen dafür bereit und kommis machen munter die lese ich jederzeit kommst du zu der Entscheidung wo willst da mehr von sehen dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen und fandest du es scheiße war's deine Wahl der Qual ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal これ Glockenze duцу das Filmchen die hi die cosmetic